Moin Pyros, willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute für euch die P1 Schallerzeuger von Pyro Union. Hier in der Schachtel soll 6 Stück enthalten. Das sind an sich wirklich sehr sehr dicke Böller. Aber leider ist nur ein bisschen vorne Stoff drin. Aber wir werden ein paar Stöcke hinwerfen. Jetzt stellen wir auch noch mal hin zum Schluss. Ich bin gespannt wie laut sie sind. Sollten ja ziemlich gut sein die P1. Boah, alter Schwede. Also obwohl da nur so wenig drin ist, haben die es ganz schön in sich. Die sind geil. Und war schon lange Vorbrenner auch noch. Da hast du ja auch noch eine leere Pappelsäcke geborgen. Ein Werfchen noch hin. Boah, drei Stück Stück. Alter, ich hab ein Stück Pappe am Bein gekriegt. Oder warst du das? Ich hab schon gedacht, die können doch gar nicht so gut sein, wenn da nur so die Hälfte drin ist. So, einen, den Letzten stellen wir noch mal hin. Da kann man nichts sagen. Also sehr sehr geile Teile. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.